Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Master Builder. Bei mir ist Team Schäbi, zumindest zwei von den Jungs und der Rezor. Rezor. Ja, der Atemberaubende, wunderschöne Füße. Kommt, sagt jetzt was. Zumindest ein Diss oder so. Oh, yeah. Hey, Fati. Euphorie. Ich wut gehauen. Euphorie wird groß geschrieben bei uns. Was? Willkommen bei Depressions LP. Ja, bei Depressions LP. Also wir bauen jetzt was, Leute. Ja, und die heutige Folge ist eh scheiße. Ihr müsst euch ganz anstrengen. Nein, nein, Malte ganz bricht. Wir werden es ja erstmal sehen. Wie heute Minecraft kennt eh jeder. Wir müssen jetzt erstmal was Schönes bauen. Wir müssen uns ganz doll anstrengen damit. Damit es auch ganz schön wird. Mädelscheiße, Mädelscheiße. Ja, das Thema ist echt doof. Also es gibt auch bessere Themen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist nicht eins davon. Mach voll keinen Bock und so. Ja, besonders mit diesem Freezy. Er ist richtig doof. Vor allem der labert immer so. Ja, übel. Er grüßt immer YouTube und seine Zuschauer. Ja, Mann. Wer ist dieser YouTube eigentlich? Den kenne ich nicht. Ich auch nicht. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist die heutige Folge echt langweilig. Ich habe gehört, er sei ganz schärfisch in dem Motto. Immer depressiv. So, ich nehme jetzt mal Antidepressive. Ja, hat nicht geholfen. Ich bin so depressiv, dass es die Antidepressiva depressiv wurde. Nice. Was war nochmal der Thema? Pot of Gold. Ja, ja. Tada! Bis zum nächsten Mal. So, und sonst so? Auf jeden Fall. Ein bisschen hier von da von und so. Es läuft ganz gut gerade. Let's hide. Pot of Gold. So. Das ist mein Pot. Das stimmt überhaupt nicht. Naja, egal. Das stimmt nicht. Haben. Aber. Wolltest du auch einen Regenbogen machen? Ha? Regenbogen dann gemacht oder was? Warum Regenbogen? Soll ich noch Pot of Gold machen? Ja, und? Aber es geht ja um die Deko, um den Regenbogen drumherum. Ö, scheiße. Ja. Da ist er. Das war's für heute. und über eure schule so der schule nicht antworten gerade muss jetzt fertig werden war sehr entspannt heute hatte sehr viel gemacht weil schule ist langweilig aber natürlich schule ist sehr interessant verlaglässig nicht die schule leute immer schön zur schule gehen wenn ihr nicht hingeht ist es schlimm sonst wird auch so ein mic und das wollte ich aber ich gehe immer in die schule ja ja ich würde schon wieder so knapp ja ohne witz haben wir hier kein das war kein glitzer dort immer immer im russ parker nein die zeit ist um ich habe kein glitzer noch nicht ganz fertig geworden aber fast ich habe auch ein regenwogen gemacht pixel ist der nicht awesome das ist im magazine ja die farben sind falsch etwas aber sonst das ist ja egal ich denke dass es ein regenwogen sein soll ohne witz ohne witz ne okay eine pyramide das ist aber mein eiser bleeding nein bitte nicht warum denn aus kothaufen mit gold das ist ganz cool also schöne idee ja das hat was mein eiser bleeding warum diese gewitter das sind blitzer bums wobei das ist wie so eine schnabeltasse so hat zwei henkel an den seiten hast noch eine zu hause ist das denn auch massiv da wusste ich doch das nicht massiv ist hier mangelhaft oberfläche nur das ist aber nicht gut umgesetzt die oberfläche da hat da war krissi etwas nachsichtig hat sie etwas schlampig gebaut das ist die banane das ist wie der goldene johann ich habe ich habe es erst mal reportet was ja ja auch vielleicht mich hat auch noch einen penis gesehen ich weiß nicht wie seine aussieht aber dann hat denn das ist ein ich bin gedacht war heißer bleeding na Mike von dir oder was nein wenn wir hier mit so diesen henkeln finde ich das cool ja das haben wir schön gemacht und auch mit den anvils glaube ich habe auch gut gemacht das war ja gar nicht glaube ich oh hier ist alles gold gold overflow oh oh das ist gut das sieht halt alles gut aus ne man kann das erkennen das ist halt nicht schlecht also ist das gut kannst du das auch kennen ja ja aber nicht 404 oder das wäre doch gold not found aber oh das ist nice so ein leprechaun gebaut das soll ein kobold sein sieht aus wie ein frosch ja das kriegt ein awesome ich finde aus dass es ein awesome wer das ist Mike ich muss dir auch zeigen wie ein teddy bearer aussieht und ich muss dir scheinbar auch zeigen wie so ein kobold aussieht ich kann aber kein kobold machen war so ein irisch kobold ja der den goldtopf bewacht unter dem regenbogen das das hier erinnert mich irgendwie an den regenbogen scharf ich habe das ehrenbein an den regenbogen scharf an den regenbogen scharf so siehst du das ist ein kobold das ist nice er hat sich Mühe gegeben mal Eis am Lieding Malte mal Eis am Lieding ist das Malte? nein mein Eis am Lieding ja das ist Malte ich seh das rot ich seh das rot Freezy das ist nice da gewinnt der schon wieder guck mal ich bin zweiter mit meinem billigen Scheißdreck ey und ich bin vorletzter was soll denn das hast du Glück gehabt dass es nicht explodiert ist was? ich geh gar nicht an ach man der hätte ich jetzt auch noch gewinnen können aber der war so cool also das da hätte ich ja ich hatte nicht genügend Zeit ich wollte ihm noch Augen verpassen und und ein vernünftigen Weg bauen aber aber irgendwie hast du uns gleich gedacht wie ich ja Mike das ist bei uns irgendwie immer so wir denken immer das gleiche ich springe tschüss meine Lieben die Spielzeuge habe ich besser umgesetzt ja das war gut der Bagger war wirklich der Bagger war wirklich ich bin gespannt Leute so jetzt kommt ein Thema das kann der Pixel besonders gut Build Anything wow natürlich nicht schon wieder eine Potted Plant das hab ich letztens schon ja welches nehmen wir dann am besten für einen Pot hey würde ich sagen ja das ist eine Idee nehm ich seh mir mal hier was das ist eine gepflanzte eingetopfte eine Toppflanze eine Toppflanze ja hier zum Flugzeug nämlich jetzt gebaut Potted Plane ein eingetopftes Flugzeug auf jeden Fall das wär geil gewesen mach das mal hätte was boah ich kann keine Töpfe bauen doch warte nehm ich suche mir dann klöpfe ich hier einen heeeee nice mon wie hab ich mich denn jetzt hier verbaut geiße könnte das denn auch hier nehm 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 wenn ich jetzt schon wieder kommen dass die Zeit wieder viel zu knappe fün machst du auch nen Tisch? nein man ich mach doch keinen Tisch ich wette jemals jetzt einfach nur so nen Pott hin diesen Minecraft Pott den es gibt klar da sitzt da so ne Blume rein Frizin oh nein Frizin nicht dein ganzes ne ich bin erlatt nein aber wenn das macht den Fall ja nicht dann kriegt der Amazing Asche es wird auf jeden Fall mindestens eine sowas machen ich fürchte es ja aber hoffentlich ey wahrscheinlich machen alle anderen Sutle meine Isab bleeding Frizin sie wunderbar ha 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 hihihihih ha 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 hihihihihihihihih brauche ich hier so microblocks zu heften na ja auf jeden fall microblocks wäre echt schon praktisch naja ich muss alles wieder abreißen das sieht scheiße aus ein bisschen spät zum abreißen oder wir haben noch zwei minuten das ist so awesome das zu seinem eigenen gebäude sagt dann steht das ein bisschen aufgesetzt was los hoffe ich zu dissen junge schweck mach das nicht so 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 was nur eine minute scheiße das könnte knapp werden wieder mal so so Oh Gott, sieht das Ding hässlich aus. Naja, versuch was wert. Oh Gott. wow die blume ist ja mal hübsch was für eine blume ist das keine ahnung sagen das beste was ich letztes mal bei dem ported plant gesehen habe war so eine pflanze mit smiley haben wir das zusammengespielt weiter nein ich habe ported plant noch nie bauen müssen ich habe das schon mal gemacht und hat eine so eine pflanze mit smiley das zwei penisse die sich lieben glaube ja weißer bleeding was denn das ist amazing wo seht ihr da denn bitteschön penisse ich habe beim letzten noch ein peter zu sehen wo sie denn das ist ein penis mit piknitte als mini marienkäfer ich bin was wollte sagen das ist auch ganz hübsch bei mir zum marienkäfer ich finde den marienkäfer los sich das umso asymmetrisch aber okay ich habe die füße vergessen ja doch zwei ja oder sechs oh ja läuft der hat sich viel mühe gegeben wer das ist noch gar nicht mach mal ein pot und packen bäume rein das thema ist ja nicht verfehlt das thema ist ja nicht verfehlt man kann es ja nicht sein dass das thema verfehlt ist aber der von mir ist okay gekriegt mit wasserhahn das cool das aber warum ein wasserhahn am blumentopf wieso nicht nehmen wir bluten ich habe naja ja er kann die mag ich das ist aber wirklich schön das kriegt von mir in der jesing was schönes das ist die spiegeleipflanze also das kriegt mein eiserbleeding das kriegt mein eiserbleeding okay das ist am klima vorbei die ist nicht eingetopft aber die bäume sind auch am klima vorbei aber die waren eingepflanzt und das waren pottet plant hier lädt bei mir nichts der top stand daneben das ist eine simple blume die sieht aber die finde ich nicht so schön hübsch also die blumen wollten gerade umgepflanzt werden achso daneben stand auch der pot mit erde schon luka schultze oder fleisch fressende pflanze ist geil ja er war ich das auch die leute um die oben glatt drin das ist eine fliege du kunstbanause ich habe bei eiserbleeding gemacht du bist dein mann nicht letzter und folgende trotzdem ja gut reicht mir trotzdem eiserbleeding von mike dass sie nicht fertig werden ja wenn es euch gefallen hat mein lieben lasst ein like da schaut bei den anderen vorbei die steht in der beschreibung und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann tschüss tschüss